Spannende Abphase hier im Eingangsgebiet. Bitte Bundesliga, Frau Winsbach gegen den FC Bayern München. Peter Lüßlich, Ehemals Hilfelschein, schlägt er. Er wechselt nach der Saison zu Versbach. Dafür kommt jemand, den die Hilfelscheiner Sehensatz geschlossen haben, hierher. Peter David, sein Landsmann. Und das verspricht wieder eine Menge voller Spiele. 9 zu 9 auf der Anzeigetafel von Herzog. Der Schiri, Schiller-Wer, schlägt zurück. Ganz starker Ball, auch wenn er da das Glück des Tüchtigen auch noch auf seiner Seite hat. Der Ball, das Netzstrich, die Gegner dadurch irritiert. Netzball. Der war zu hoch. Der schützt bei von Niederlohn-Dino. Der macht aktuell über dem Tisch. Peter Hosnick. 10 zu 10. Überhaupt keine Fehler. Und den hat er nicht richtig gebrochen. Ich glaube, etwas unterhalb des Schläger-Flattes. Nicht in der Mitte. Das ist nicht wie der mit dem Rückhand-Angriffsfall, aber den kann er natürlich nicht voll durchziehen. Auch kann es glücklich geben, weil er da eigentlich keine Banane spielt, sondern mehr so etwas Flippiges. Und der war dann natürlich. Ich bin jetzt an den vorangegangenen. Der Umschweiger, gut vorbereitet, konnte den Punkt machen, den gerade nicht. Ja! Komm mal, in der Endphase ein zu hoher Hütz von Nicolombino. Willkommene Vorlage. Und die Tragik 2 zu 0 hatte man geführt. Denn zweitens war relativ glücklich. Und dann noch 2 zu 3.50. die 2 οποik liegt auch schön. Und einer expose. That's so toll. Die 3见 wird völlig mono. Sie ministeria.